Hey Leute, ich hoffe wir haben Diamanten, hohoho, weil ich die Folge gerade erst beendet habe. Schütze! Hast du die Karte mitgenommen, darf ich die klein... Ne, ich suche nur eine Wüste. Ah, irgendwo... Da, da lang. Wüste oder einfach nur, wo Wasser ist. Wüste. Ja, mach schnell, wir brauchen Dias. Ja, ich weiß nicht, wo du wüsstest. Haben wir überhaupt noch Dias? Dias. Ah, drei Diamanten. Ich brauche einen Kaffee. Das ist Nacht. Unser Kabel ist auch voll, oder? Ne. Wär aber lustig. Das ist so eine gute Stromproduktion und superlig an sich. Unge, die produziert in der Nacht so viel wie unsere Turbinen bei Höchstleistung. Nicht mal. 246 bei Nacht. Es ist Nacht. Und unsere Maschinen sind trotzdem voll Strom dadurch. Wir können... Was passiert, wenn wir den Miner auch noch dran anschließen? Hm. Du könntest mal... Zehn Stück von den Dinger... Nein. ...und die dann in meiner anschließen. Dann funktioniert der meiner bestimmt sehr gut. Ja. 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 Wir haben fast 1.000 Kohle. Wir haben von fast allen ersten 1.000 bald. Bis auf Dias. Redstone haben wir es bestimmt schon längst. Aber... Wir haben keinen Wechsel dazu zu craften. Da sind jetzt Redstoneblöcken drin. Yay! Schnitzel, wir haben fast 2.000 Redstone. Hast du es umgecraftet? Ja, Mann. Du craftest wieder zurück. Ja, Mann. Und dein Mäses dem heult grad. Es weint, Schnitzel, es weint. Ja, wir haben 200 Redstoneblöcke, Schnitzel. Mh. Ich habe ein sehr komisches Bion gefunden. Wie hatte man noch mal aus einem Diamanten eine Diamantplatte gemacht? Im Richmond Chamber. Der linke, ganz linke von uns. Ja, ich weiß, was das ist. Als ich gemerkt habe, könntest du mal eine Item-Dings machen an die Goldchests, wo der Hopper ist, weil... Der Hopper ist zu oder andere Sachen. Ja, wo eine Item war's? Welcher Hopper? Der Hopper bei der Enrichened Chamber, der die Items reinpült. Mach den weg und mach da ne Kabel dran. Ne Kabel? Ne Kabel. Keine Pipe oder sowas? Ne Pipe, eigentlich doch. Ne Transport Pipe. Ja. Das heißt einfach nicht mal Transport Pipe, sondern einfach nur Transport Dach. Ups. Ach scheiß drauf, ich baue das Ding aber eigentlich hier ab. Ne, da hinten ist noch mehr Sand. Ich baue diese komische Insel ab. Aber die Kiste ist Leerschnitze. Oh, Kaffee. Wenn ich schneller bin. Einen Trinkkaffee. Ja. Einen Trinkkaffee. Aber ich grab mich grad schon runter. Ich schätze, unser Solar Panel hat grad nen Speicher von 2 Millionen Fe. In sich. Mega nice. Ich frag mich viel viel Fe. Aua. So. Und unser Energy Cube, ähm, der hat nen Speicher von 12 Millionen. Der ich jetzt reingeknallt hab. Gut so. Das heißt, Strom speichern wir gut fast. So. Ähm. Was ich aber auch noch machen wollte ist. Ups. Ich glaube ich bin 800 Blöcke weit weg. Ist das gut? Wie hat man nochmal Stahl bekommen, Schnitzel? Wo muss ich was rein tun? Schnitzel. Wo muss ich was rein tun für Stahl? Also du machst... Die doppelte Menge an Kohle... In diesen... Alloy's-Milter? Nein, 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 nicht Alloy's-Milter. In die Gehäste-Milter. In die Gehäste-Milter. In die Maschine. Pürverweise? Ne. Äh, komm. Äh, komm. Inductions-Milter. Wo man auch diese komischen Runden-Dinger macht, von Meckernissen. Diese roten Runden-Dinger, wo man die auch macht, kam ich die Maschine. To Lymph user, okay. Kohle-Dust oder Kohle? Ja. Kohle. Kohle machst du ganz links rein, dass auch geladen wird. Aber doppelt so viel wie du Eisen hast, ja. Ja, ich weiß. Und dann machst du erst einmal Eis rein. Und dann musst du das, was du brauchst, noch mal reinmachen. Verbrannt. Mit Kohle? Die Kohle ist ja schon drin. Ja, ja, achso. I know. I know. Ich weiß wieder, danke. Und das da, kriegst du dann... Weißt du, wie umständlich ich bin? Guck mal, ich hab hier ein Glas. Und ne Wasserflasche. Und ich... Oh, also so ne kleine Mini-Wasserflasche, so. Und das Wasser aus der... Wasserflasche... Führ ich in das Glas und trinke aus dem Glas. Oha, da ist voll viel Wasser in der kleinen Wasserflasche. Das Glas ist bis oben hin voll und die hat noch... bisschen was drin. Ich mach mal auch Dirt aus, wir brauchen kein Dirt mehr. Verbraucht das mehr... Oder? Verbraucht Dirt dann mehr Strom oder weniger? Es sind einmal wenige Items. Ne, Dirt an. Ich kann auch Koppels dann anmachen. Ne. Dirt an reicht mir. Ich will so viel Dreck in meinen Basic Draws haben. Ähm... Ach, ist ein guter Erze. Schütze, willst du dich nun nicht mal beeilen? Noch 2,50 Blöcke. Ach, du kommst grad schon wieder zurück, ne? Ja. Gut. Weil... Der Miner ist voll. Der Miner ist voll? Ja, und der Reaktor auch. Achso, dann mach recht aus. Okay. Ich seh schon den Eisengolem. Warum fliegst du nicht? Ah, du musst noch einen Sprint fliegen. Mach auch an, ich will sehen, wie schnell das Ding leer ist. Ist an? Ja. Geht ja kaum runter. Ähm... Guck mal die Höhen an, guck mal die Höhen an. Level, Level, Y, Y an. Guck mal, Y an. Die Shady rein abgebaut werden. Ja! In Sekundenteil. Der... Ach, nach. Schnitzel, die Kisten. Die Kisten waren doch grad noch leer. Nein, die Kisten waren doch schon vorher. Echt? Ja, aber ich komm... Die Jeeps kann gar nicht mehr hinterher. Die Jeeps kommen nicht hinterher. Die Jeeps kommen nicht hinterher. Warte, ich weiß gar nicht, wie schnell die sind. Und I'm gonna give it to you, John. Das sind, äh, nicht die... Das sind die Advanced, na? Die... Die zwei... Ähm... Stacks, die... Die... Also alle... Zwei Sekunden, ein Stack. Shaped. 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 Knütze, die erste Kiste ist voll. Fortune, was kostet denn diese Fortune? Dimensional Shards. Das kritisch. Warum konnte ich jetzt eigentlich die? Okay, die nicht machen. Ach so. Aber ich steel brauchte. Okay. Ah, das macht nur Splend. Steel Blend, das muss ja in den Ofen, ne? Ja, nein, nein, das muss dann hier rein mit Sand. Ah, unser müßes Thema. Ja, schon fast voll an Erzen, ne? Äh, unser... Hast du jetzt eigentlich ne Wüste gefunden gehabt? Nein. Oh, aber trotzdem kommst du zurück. Also das... Das Ding ist... Schämlich. Das Ding ist voll. Das Ding ist voll. Welches Ding? Das ist kein guter Aufput. Was war das für ein Output? Hä? Output? Wenn die nicht aus dem Output hört. Aber das Ding ist voll. Das Ding dann nicht. Das Ding da unten füllt sich grad langsam auf. Aber wenn die Maschinen laufen, ist es gleich wieder leer. Ähm... Familie! Wir lassen den Reaktor mal ein bisschen ausschnitzeln, ne? Ja. Er kriegt irgendwie noch keinen Strom. Er geht immer noch runter. Geht bei dir runter? Die Kabel sind glaub ich so... Warte, er bleibt auf einer Stelle! Er geht hoch! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Unser Solarpanel geht leer. Ja, lass dich mal an. Ich weiß. Ich hab ihn ja mit Absicht ausgelassen. Kann ich haben. Okay. Äh... Solarpanel gönn dir aus dem Solarpanel. Das Solarpanel hält sich... Oh! Nein! Gar nicht, Junge! Ich weiß. Es geht voll leer. Wenn's knapp wird. Ja, das ist doch. Heht der Reaktor sich auf? Ne, ne? Es ist schon... Aber der Miner geht anders ab. Das ist der schon... Ist hier schon der vierte Chunk, ne? Ja. Ach, nach... Wolltest du auch Holz, ne? Warte, ich hab... Ich hab... Du hast extra hoch markiert? Ne, ne, ne. Das Holz ist gar nicht von dem, ne. So. Das Solarpanel ist nämlich leer, übrigens. Ich hab's extra entkoppelt, ne? Einkoppelt? Ah, schlafen, schlafen! Gekoppelt lassen sollen. Ich mein jetzt mit meiner. Ich hab doch eigentlich grad übern Stack Sachen da reingelegt, was passiert. Ja, leer. Verarbeitet. Wiehst du? Hat er schon Dias gefunden? Warum hat er keine Dias gefunden, Schütze? Ich weiß nicht. War voll viel Kohle, Alter. Und Erde! Und Erde! Also, in der Theorie könnten wir Auto-Crafting machen. Auto-Crafting lernen. Ne. Der hat so eklige Erde mitgenommen. Causa-Dirt, weil wieder Dias. Ähm. Irgendwas anderes wollte ich machen. Mann. Oha. Hä? Ich hab vergessen, was ich machen wollte, Schütze. Ah, ich weiß wieder was. Ich wollte unsere Jetpacks upgraden. Soll ich diese Solar-Panels Auto-Craften lassen? Diese Solar-Panels? Das Ding ist, wenn wir dann von denen da... Von dem... Von dem Maximum-Dinger vom Stück da stehen lassen. Ich nutze. Wir brauchen noch zwei Dias. Äh. Von meiner. Und dann haben wir beide eine krasse Jetpack. Ähm. Was macht das dann? Das ist ein Jetpack. Was kann das? Ist besser als wie eine Diamond Rusty. Ich weiß nicht, ob das besser als eine... Also... Ob das Jetpack allein schon alle Rüstungsbalken voll gemacht hatte? Oder nur so viel wie Hose, Brustpanzer und Schuhe. Also so richtig viel halt. Kann ich dir aber nicht sagen, weil wir nicht genug Dias haben. Wir können jetzt mit dem lassen schon Geld. Und wir haben kaum Obsidian leider. Hä? Wir haben doch Hobby. Ich habe extra Obsidian gefarmt. 24. Ja, nicht viel. Das ist ein Maul, Alter. Nein, wir bauen ja nicht viel ab. Ja. Also ich wäre ultra färger. Warum ist unser Solarpanel leer? Hä? Ja, vielleicht weil sich die Sonnen auflädt. Wird sich nicht aufs bisschen. Hm. Keine Ahnung. Du hast doch die... Du hast doch den Configurator, oder? Gib mal mal den Configurator. Warum? Gib mal her. Nein. Will ich nicht. Gib mal her. Will ich nicht. Alter. Du Idiot. Schlag mich doch nicht. Das ist so ein Pferd. Das ist so ein Pferd. Nein. Ja, geht das nicht. Okay. Reicht. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Wo ist was? Hallo! Hast du es überlebt? Gib sie auf, gib sie auf! Gib sie auf! Aua! Unfair Das ist kaputt. Ich hab... Ich hab... Ich hab'n die auch schon gegeben, du Idiot. Ach man, Alter. Das Kabel, du brauchst so ein langes Kabel, die ihn verlegt werden. Was hast du hier gemacht? Not enough power. Haben die Maschinen keine Power? So, boah. Guck mal zu unserer Maschine, ey. Hä? So interessiert die Kaffeemaschine nicht? Boah, die Kaffeemaschine hat keinen Strom. Was machst du da? Jetzt hast du noch ein Kabel übrig. Hast du noch ein Kabel übrig? Ja. Aber meine Kaffeemaschine hat keinen Strom. Als ob das Ding jetzt so angeschlossen ist. Du weißt, das zieht uns leer. Nein. Tut's echt nicht. Alle Maschinen haben noch Strom. Du weißt, was hast du gemacht? Hast du irgendein Kabel umgestellt, dass es nicht... Begrenzt nur Strom reingebt? Also, ja, boah, du hast das eine da ausgemacht. Hä? Das letzte Kabel hast du ausgemacht, sodass du da keinen Strom reinballert. Ich hab's nicht. Das ist komplett durch. Du hast gehört 5, irgendwas. Was ist mit dir? Was hast du gemacht? Warum geht unser Strom nicht leer? Schnitzel. Ja, die Maschinen arbeiten halt auch nicht. Also... Ich kann sie mal arbeiten... Oh, hier sind ein Dier drin. Einen Dier nur? Oh ja, nur einer. Mann, was hast du für ein blödes Biom gefunden, Schnitzel? Ähm... So. Der Strom geht auch nicht immer noch nicht leer. Der Strom geht auch noch nicht leer. Stark. Wo bin ich stehen geblieben? Achso. Ja, aber wir haben noch Sand... Hier ist kein Sand drinne. Natürlich, hier ist auch noch 6 Sand drinne schon. 10 Digas, what the fuck? Und auf einmal so aus dem Nix 10 Dias? Ja, guck sie an. Ich seh nix, because I am blind. Das sind keine Dias. Ich brauche Autocrafting, das ist... Aber davon bräuchte ich das bisschen um. Oder? Das ist nicht alles. Oder? Okay. Äh... Refine Storage. Ich brauche einen... Pattern Grid. Pattern. Pattern. Warte... Hä? Ach, das ist schon so... Sorry. Hast... Hast... Junge! Alles kaputt. Ich bin gerade dabei, ein zweites Crafting Grid zu bauen, okay? Okay. Ja. Ja. Schütze? Ja. Du hast auch n Dir-Brustpanzer. Zieh mal alles aus, bis auf den Brustpanzer. Ich hab keinen Dir-Brustpanzer. Also, dein Rüstungs-Brustpanzer. Ja. Wie viel, ähm... Zweieinhalb. 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 Also, mein Jetpack gibt mir... Sechs. Mit meinem Helm, meiner Hose noch dazu, habe ich eine ganze Rüstungs-Reihe plus ein Rüstungs-Ding noch oben drauf. Schütze? Schlag mich mal mit einem Axt-Hieb. Ähm, Hammer-Hieb. Nein. Ja. Mach nochmal. Ja. Nicht mal ein halbes Herz. Also, beim ersten Schlag gar nichts, erst beim zweiten ein halbes Herz. Willst du auch ein Abo-Jetpack haben? Ja. Ja. Ähm, lass mich aber kurz davor noch das Grid fertig machen, ja? Ja, ja. Oh, schön. Ich hab XP bekommen. Glaub ich. Ich hab keine Ahnung, vom Geräusch her würde ich's behaupten. Oh. Tak, sog accumulated. Oh. paperwork damit etwas zu tun. Okay, wie ist das jetzt. Oh, das könnte ich jetzt weiter alien sein? Es wird aber auch uns schön verk chopped. Ich hab uns da das Grafting Grid gebaut. Lass mal bitte schlafen gehen. Obwohl, kann ich auch alleine. Schnitzel? Ja. Ich hab unser Miner direkt ans System angeschlossen, dass es alles zieht, ne? Und unser Solarpanel bei Tag lädt sich nicht auf, aber entleert sich auch nicht. Warte, der Power. Immer noch nach der Nacht. Dann sind die Kabel einfach nur zu langarschig. Ja, wahrscheinlich schon. Obwohl das sogar schon mit Ende der schnellsten so sind. Also eigentlich für alles ausreichend. Also ich würd nur bauen. Für den Bilder absolut nicht. 1,6 KRF pro Tick. Das ist schon eigentlich krank. Bin ich krank? Nein, ich bin krank. Das ist schon krank. So. Das steht jetzt nicht für den Strom, der verbraucht. Der Bilder? Ja, wo steht da? Weiß ich nicht. Wo stand da? Hast du gesagt? 1,6 KRF pro Tick. Nein, nein. So viele vertragen die Kabel. Welches willst du haben? Das da. Hast du 3 gemacht? Nein, das ist was anderes. Das ist für Autocraft, für Patterns, ne? Ja. Ja. Naja. Ich würd sagen, das war's mit der Folge. Ich hab mein Auge mit Jetpack. Im nächsten werde ich Schütze sonst machen. Geht der diesmal schneller. Und Schüssel. Glaubst du? In der nächsten halben Stunde schaffen wir Autocraft? Ja. Werden wir dann sehen. Eventuell in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschaui.